In meinem Traum fällt Alice zu Boden. Liegt einfach bewusst Lust da. Ich kann den Sturz nicht verhindern. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich versuche im Traum zu ihr zu gehen, aber Menschenmengen drängen mich woanders hin. Und in dem Dschungel voller Menschen verliere ich die Orientierung und finde mein Kind nicht mehr wieder. Hey, es ist doch nur ein Traum. Hm? Was machen wir jetzt? Wollen wir Verstecken spielen? Ja, aber... Frau Sommer? Hm? Wir würden gerne am Waldrand Verstecken spielen. Am Waldrand? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Bitte, Mama. Für uns? Bis zum Sonnenuntergang. Aber dann seid ihr pünktlich zum Essen wieder da. Klar, Papa. Danke. Fang mich. Hey, warte. Jetzt hast du mir wieder die Entscheidung genommen. Ich hätte sie nicht gehen lassen. Was ist denn schon dabei? Sie sind groß genug? Lass sie doch endlich los. Er hatte diesen seltsamen Traum. Ich schrei. Ich ruf sie. Aber in der Menge war das völlig vergebend. Und dann bin ich aufgewacht. Wenn alle Träumer wahr werden würden, wäre die Wirklichkeit ein einziger Albtraum. Yeah! Nicht so schnell! Juhu! Sag schon endlich. Wohin fahren wir? Du bist so ungeduldig. Warte doch einfach mal ab. Ja! Hab gewonnen! Wer sucht jetzt? Schere, Stein, Papier. Okay. Schere, Stein, Papier. Was machen die hier? Ich weiß es nicht. Fang mich! Warte, nicht so schnell. Mit den Schuhen kann ich nicht laufen. Hab dich! 15.10 Uhr. Tatverdächtige betreten die verbotene Zone. Bestimmt knutschen sie gleich. Konzentrieren sie sich, Watson? Schließ mal deine Augen. Was hast du vor? Lass dich überraschen. Du blödkommst. Sollen wir sie verfolgen? Ja, komm. Gleich sind wir da. Hier sind wir. Was machen wir hier? Komm mit! Willst du da etwa reingehen? Hotel mit bester Lage. Die Zimmer sind für uns reserviert. Das ist nicht dein Ernst, Jack. Das Hotel ist leer. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Hey, komm, das macht sicher Spaß. Ich weiß nicht. Drinnen wartet eine riesen Überraschung auf dich. Eigentlich ist es eine tolle Lage. Schau mal, Jack. Die ganzen Sachen sind noch da. Und die Geister auch. Hab keine Angst. Du schaust zu viele herauf hin. Komm, wir gehen auch rein. Hier? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Da passiert nichts. Die sind auch reingegangen. Lass uns zurück. Wenn deine Mama das mitbekommt, kriegen wir mächtig Ärger. Ich zähle hier bis 20 und du versteckst dich im Hotel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, Du kannst mich nicht immer so erschrecken. Wow. Jack, das ist ja super hier. Kommst du öfters her? Nur mit einer wunderschönen Begleiterin. Und die habe ich ja heute dabei. Hast du Lust auf ein Glorschampagner? Ich habe die Champagnerflasche vergessen. Eigentlich noch ein Grund, das hier zu verlassen. Aber ich weiß, wo wir noch einen edlen Tropfen herbekommen. Ines? Ines? Die hat sich aber gut versteckt. Die hat sich aber gut versteckt. Typisch Mann. Ja, vielleicht finden wir ja auch deinen Jahrgang. Jahrgang 88. 18 oder 1900. Ich glaube, ich habe hier was gefunden. Schau mal. Die trinken wir im Pool, oder? Das hat ja nur verrägte Ideen. Was war das? Das wird wohl nur die Zimmertür gewesen sein. Wirst du gar nicht, dass du so ein Angsthasel bist, hm? Gib die Flasche her. Gib die Flasche her. Gib die Flasche her. Okay, okay. Okay, okay. Ja, so will ich. Aaaaaah! 165 173 22 22 Musik Hey Jack, sieh mal, da geht's noch weiter. Willst du da wirklich runter? Na klar, warum nicht? Musik 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 Schau mal, verhungern werden wir wohl nicht? Musik Ist das überhaupt noch genießbar? Musik 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 Moni? Willst du jetzt Verstecken spielen? Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das denn da, man? Was? 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 Was hast denn du gemacht? Hey. Hey. Was weiß ich nicht? Anis. Oh mein Gott. Hallo. Anis. Oh mein Gott. Was habt ihr mit dir getan? Was? Verscheiden hier. Wo kommt ihr denn her? Hey. Was ist denn das? Warte auf. Warte auf. Warte auf. Warte auf. Was gibt's? Wenn wir unsere Träume für wahrnehmen, müssen sie keine Wirklichkeit werden. Denn die Wirklichkeit ist ein Traum, aus dem wir nicht aufwachen können. Alis. Alis! 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 Alis und Alis. Wo seid ihr? Komm jetzt endlich raus, Wo soll ich auf der Schnecke? Wo seid ihr? Ani! Ines! Musik 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 Musik